Hallo ihr Lieben, mein Name ist Lukas und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man Mathe- und Physikaufgaben mit System löst. Dabei geht es insbesondere darum, dir einen Plan zu geben, wie du bei fast jeder Physik- oder Matheaufgabe vorgehen kannst. Nach diesem Video wirst du also immer wissen, was du, um eine Aufgabe zu lösen, tun musst. Eigentlich ist diese Anleitung, die ich dir gleich geben werde, nichts Besonderes, aber viele Lehrer versäumen es dennoch ihren Schülern diese einfache, aber sehr effektive Vorgehensweise in die Hand zu geben. Befür du loslegen kannst, brauchst du folgendes. Erstens natürlich eine Aufgabe. Zweitens zwei verschiedenfarbige Stifte, zum Beispiel rot und grün. Drittens ein Blatt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.